17. Dezember Es ist unglaublich, nur noch sieben Tage bis Weihnachten. Es ist einfach der Hammer, Leute. Es ist einfach der Hammer. Hier ist das 17. Teppäckchen. Dann kommen wir jetzt zum Auspacken des Ganzen. So, und dann packen wir das jetzt mal aus. Die 17 würde ich mir dann behalten. Hier habe ich mir für nächstes Jahr. Wir haben ein bisschen Arbeit gespart. Ja, das ist eigentlich ganz gut so. Ja, natürlich. Aha. Interessant, interessant. Sehr interessant. Da haben wir einmal die Moskitos von Leslie. Und einmal China-Böder von Keller. Fangen wir mit den China-Bödern an. Richtig schöne Stücke. Schön. Machen wir immer so ein paar davon. So. Hier ist der schöne Stuff. Die sehen auch gut verarbeitet aus. War mal zugestopft. Hinten geleimt. Ja. Da. Wir haben natürlich immer dein bestes Wetter. Regen. Danke dafür Deutschland. Ja. Danke mir, okay. Boah. Wetter war drück. Ich hab was abbekommen. Ja. War ganz gut. Oh, die schönen Moskitos. Genau. Na, 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 na. Wetter kommt. Ja, war ganz gut. Na, 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 na. Das ist ein schönen Bügel. Ich würde sagen die immer, wir schmeißen einfach mal. Ja. das Teil runter. Leider nicht. Hier ist nichts geworden. Moment, ich mach's im Licht. Nice. Wie immer sehr geil die Geräte. Sehr schön. Der letzte. Eines Tages fliegt ein Ding um die Fresse. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.